Ihr konntet mir unter meinem Tweet eure Setups schicken Und holy shit, wie viele sind jetzt schon drinnen? Da gucken wir jetzt rein und let's go Oha, Sezi, sogar live gerade dabei am Schauen Im White Mode, Bro Und was ist, bist du das hier? Bitte mach White Mode raus, aber sonst entspanntes Setup Du musst dir vielleicht mal so ein großes Mauspad holen Oha, das sind viele LEDs, holy shit Alles im Dunkelblau, das sieht schon übel entspannt aus Aber, man erkennt fast nix Oha, Sault hier, Online-Schule Setup Mit dem Macbook Einfach sein Lehrer, Digga, weiß es So, Dominic, klein, aber fein Oha, im Black and White Style, holy shit Mit der Apex, mit der G Pro, ey, das sieht übel clean aus Das sieht übel clean aus Das gefällt mir richtig Ey, das sieht ultra sick aus, dieses ganz cleane Und hier nochmal im Dunkel Ja, oha Also Kabelsalat ist am Start Irgend so eine Kugel als Mikrofon Aber sonst Sieht nice aus, Bro Ich weiß nicht gut Ach was Hä? Er hat einfach einmal LEDs So, hat so Lasso genommen Und hat einfach einmal mit LEDs So, wo sie hängen bleiben, bleiben sie hängen So lassen wir so Geil, Digga Jawohl, Isabel Schön im Online-Unterricht Schicken Zopf hat der, by the way, der Lehrer Die Apex Pro ist nicht da, weil die Rubber-Keycaps fehlen, ohne die ich nicht spiele Aber ansonsten ist das halt aber schon, wie ich es haben will Noch ein zweiter PC zum Stream Wer ist das denn? Bruno, Digga Ach, das Bricks sogar Bricks? High-Hüter Er sieht nice aus Oha Auf Alman-Style Mit Monitor-Halterung Clean Man sieht kein Kabel Oha, sogar hier Guck mal, hier Kabelmanagement Einfach Jaab In sechs Tagen habe ich einen Tisch, der 18 Minuten ist mit längeren, drei Stunden tiefer Jawohl Willst du hier noch eine Mathe-Aufgabe draus stellen? Wie viel Fläche mehr du hast jetzt, oder ist? Okay Android-User? Mein iPhone, sogar die LEDs Ah Sieht nice aus Aber orange als LEDs Fühle ich nicht Sieht nicht Sieht so Hm Nicht so geil aus Ich habe lange dran gearbeitet Jawohl Schön auch mit Drucker Fahrrad Einfach Fahrrad hier drin Das ist dein Setup, Bro Das linke Mauspad ist nur noch für den Kater Der liebt das Teil Sind das Monitore? Nein, oder? Ach, das sind diese Playstation-Zeichen Oh Gott Lost Enrico Ja, ja, ja Sieht entspannt aus Aber ist voll heftig Was für ein Standard Also früher war ein Monitor Und so ein durchschnittlicher PC-Standard Jetzt hat jeder sein PC mit LEDs, RGBs Auf seinem Tisch Zwei Monitore Monitorhalterung Stoff, Digga Oha Mit dem Keylight Mit der Cam Digga, Stoff Auf professionell Mit dem GoXLR Mit dem Shure Digga, Stoff Du bist Milliardär, oder was? Aber nicht mal Sub bei mir Aber gönn dir, Bro Sieht krass aus Was ist das? Eine Musikbox? Ist Linkshänder? Stimmt, kann sein Aber Setup Sieht nice aus Gefällt mir So Aaron, Digga Aus der Zentrale Ich hoffe, das ist nur Für Füße, Bro Ich hoffe, das ist nur für Füße Digga, darauf zu zocken Ist, glaube ich, anders eklig Im Keller habe kein Zimmer Wow, ist doch eh geil Im Keller zu zocken Schön auf einem Monitor Also, okay Das würde ich vielleicht Abdingern Hier, diese selbst gemalten Was soll das sein? Eine Rakete? Oder eine Biene? Emma? Oha, diese Mit Controller-Halterung sogar Schön weiß Alles weiß Aber ich kenne die ganze Es gibt so viele Maus Und Tastaturhersteller Man kennt die schon gar nicht mehr Linker Bildschirm Zwar ein bisschen klein Aber reicht für meinen Gebrauch Ja Das ist halt noch dieser 4 zu 3 Bildschirm Einfach Bildschirm Von Schule geklaut Stompt Aus seinem Loch heraus Mit dem beleuchteten Mauspad Und der PC ist einfach Wie klein ist denn der PC? WTF? Entspannt Chrome Nils Kid Leroy Mein Stream Drei Bildschirme Mit dieser anderen Tapete Einfach auf rustikal angelehnt Holy shit Gutes Setup, Bro Alle Karten abonnieren Let's go, Digga, Jungs Auf YouTube Einen Sub dalassen Kuss Kabel werden noch geregelt Wenn zweiter Monitor da ist Hm, ja Er lebt noch im Jahr 2000 Einfach noch Uhr im Zimmer hängen So, Ducky Nicht so krass Aber ich fühl's Also ich find's gut PS4 Zwei Monitore LEDs Neuer Tisch kommt bald PS ist es okay Wenn ich in deinem Video bin Kuss Razer Fan Bist du irgendwie Razer Fan? Oh, du hast keine einzige Sache Von Razer Schade eigentlich Vielleicht fällt Fällt noch neuer PC Fehlt F-E-H-L-T Oha Einfach Schild geklaut von der Schule Oder was? Feuer und Explosionsgefahr Warum hängt man sich sowas ins Zimmer, Bro? Sonst entspannt Cleanes Setup Zweiter Monitor fehlt noch, ja Neuer PC Ach, 6J, Digga Aus den Philippinen Mit den Hot Wheels Let's go, Diggi AMD Ryzen 5800X Aber noch 1070 Ti Dieser andere Flex, Jungs Schön noch Die ganzen Kartons hier hingestellt Für Setup-Bild Aber Kabelmanagement Wie die letzte Sau Was ist das denn? Einfach so Ein Hintergrundbild Was für Zwei gemacht ist Für zwei Monitore Und hier oben auch noch Ein Monitor Ey, wenn du den wegmachen würdest Wird es ultra clean aussehen Und besser Mülltonne ist voll, Bro Geh mal Müll leer machen Bekomme neues Keyboard Was ist das für ein Tisch? Das ist ja voll unbequem, oder? So zu zocken Zockt einfach so Wie so ein Känguru oder so Aber wenn du eh bald neue Sachen bekommst Dann ist ja jemals Adrian Ey, der hat sich richtig Mühe gegeben Oha, Bro Sieht stabil aus Immer schön an diesem Rot-Blauton Neue Maus kommt noch Also, Jungs Erst Dortmund Ultra, glaube ich Dann fühle ich das nicht Diese Kartons Ich weiß nicht, Jungs Vielleicht bin ich nicht so der Typ dafür Aber Kartons im Zimmer auszustellen Als ob es der Flex wäre Als ob da irgendwie Rolex drin wäre Fühle ich gar nicht Der Rest sieht gut aus Gefällt mir Ein Anfang Der Als allererstes holst du mir ein neues Handy, Digga Was ist denn das für eine Qualität? Er hat einfach Weihnachtsbeleuchtung von Mutter geklaut Und hängt die in sein Zimmer auf Aber sonst, Bro Absolut Sieht professionell aus Use Code Carto Jungs, Crack, Code Carto Ihr wisst Bescheid Der arme Benz, der draußen ohne Stern rumfährt Den du geklaut hast Stabiles Setup Jigs Auch wenn spannend Mit der orangenen Wand, Bro Sieht wild aus, Bro I like it Gott-Video Oh Gott Hast du eine ganze Roomtour gemacht, oder was? Was? Ei, 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 ei Einfach Kurzfilm gedreht Kabelmanagement on point Einfach alles auf Wäscheleine angelehnt Alles stramm Ich spiele damit auf Handy Oder manchmal Laptop Aha, der arme, Digga Konsol halt Okay Key, sagst Digga Mit dem God Setup, oder was? Ich fühle das nicht mit diesem Monitor hier Der dritte Ich mag das gar nicht, Digga Aber der ist kaputt, ne? Mauspad von Weihnachten Er spielt auf PS4 mit Maus und Tastatur Und hat so ein Dings Mauspad Weltraum Maximus Auf schlicht angelehnt Oha, wen haben wir hier? Licks Habe mir immer über die Jahre zusammengespart Aber auch über Twitch Affiliate und so Oha, let's go, Digga Sieht gut aus, Bro Achte nicht auf die Kabel Okay Dein Tisch musst du mal aufräumen Guck mal Bro Du hast hier oben die ganze Scheiße liegen Aber hier denkst du so auf professionell Mach ich hier ein paar Dinger dran Damit es schön aussieht Müllermilch offen Flasche Alle Flaschen offen Küchenrolle Oh Gott, Bro Ihr wisst, was die Küchenrolle ist Chat, ihr wisst, was die Küchenrolle ist Oha, mit dem Noah Rehli Mauspad Das sieht schon nice aus Das Mauspad Hat was Wir gehen jetzt in Fortnite rein Ich glaube, Robnick ist auch im Start Ich glaube, Robnick ist auch im Start